Da habe ich dann nicht lange nachgedacht. Das ist natürlich ein Riesenverein, ein Weltverein. Und ich glaube, wenn man so eine Möglichkeit dann hat, ich glaube, dann ist es klar, dass man die dann auch nutzen möchte. Bin ich, glaube ich, immer noch davon überzeugt, dass es dann trotzdem der richtige Schritt war. Hey, tatsächlich wird der Bart nicht abkommen. Mein Sohn, meine Frau, er kennt mich dann wahrscheinlich gar nicht mehr. So, dann begrüßen wir jetzt als unseren zweiten Gesprächsgast heute Jan-Niklas Beste, schön, dass ich sage mal du, ist okay? Hörst du uns? Wir sind gemutet. Ha, jetzt. So, wir waren gemutet, sehr gut. Dann freuen wir uns jetzt als zweiten Gesprächsgast heute, Jan-Niklas Beste, zu begrüßen. Ich sage mal du, ist es okay? Ja, passt, passt. Wunderbar. Dann erst mal, wie geht es dir? Gerade noch verletzt, deshalb kannst du heute nicht am Start sein. Wie geht es dir? Wann bist du wieder zurück auf dem Platz? Ja, genau. Leider momentan noch verletzt. Aber ich denke, dass es in der Länderspielpause, allerspätestens nach der Länderspielpause, dann wieder reicht, dass ich dann wieder fit bin. Ich bin gerade im Reha-Training und läuft alles nach Plan. Das freut uns doch schon mal zu hören. Wie waren denn so die ersten Wochen in Lissabon? Gut eingelebt? Ist ja doch schon ein kleiner Unterschied von Heidenheim nach Lissabon. Ja, ist natürlich alles dann zum Ende hin dann auch echt relativ fix gegangen, wie das dann alles über die Bühne gelaufen ist. Das war dann tatsächlich von heute auf morgen. Ging es dann relativ schnell und ja, ist natürlich was anderes. Ein anderes Land, eine andere Sprache, eine andere Kultur, Mentalität, Verein, Medienrummel. Es ist schon, ja, komplett was anderes auf jeden Fall. Ihr kommt schon im Chat und hinten wählt sich der Pool. Also scheint angenehm zu sein. Wie hast du dich oder warum hast du dich denn für Benfica entschieden? Ja, zunächst mal hatte ich erstmal ein super Gespräch mit dem Trainer. Ist natürlich ein Vorteil, ist ein deutscher Trainer. Er hat mir dann aufgezeigt, was er mit mir vorhat oder was er auch in mir sieht. Und ja, über den Verein, ich glaube, da habe ich dann nicht lange nachgedacht. Ist natürlich ein Riesenverein, Weltverein. Und ich glaube, wenn man ja so eine Möglichkeit dann hat, ich glaube, dann ist es klar, dass man die dann auch nutzen möchte. Wie hattest du vorher Kontakt so zu Benfica? Wie hast du den Verein vorher, du hast es ja eben schon gesagt, wahrgenommen? War das für dich dann klar, als Benfica quasi auf dem Programm stand? Ja, das mache ich, da lege ich mich schnell fest? Tatsächlich schon, ja. Als es dann im Gespräch war, dass der Verein Interesse hat, habe ich gesagt, wenn alles eigentlich passt, dann will ich es auf jeden Fall machen. Dann hatte ich dann die Gespräche noch mit dem Trainer und mit dem Sportdirektor. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich gerne machen. Und ich habe mich dann nochmal mit meiner Familie darüber unterhalten. Weil es ja dann auch noch ein bisschen ein anderer Schritt als innerhalb von Deutschland. Sondern zieht man natürlich auch noch ein bisschen weiter weg. Die müssen ja dann auch irgendwie mit einverstanden sein. Und ja, am Ende haben wir es dann zusammen gemacht. Hier kam auch noch aus dem Chat. Krasser Schritt, aber er wird es schaffen. Und die Frage, ob du die Quali gesehen hast gestern von Heidenheim für die Conference League qualifiziert. Und jetzt unter anderem zu Hause gegen Chelsea. Hättest du das auch? Also wenn man das ein Heidenheim-Fanspieler vor anderthalb Jahren, zwei Jahren gesagt hätte, dann hätten die, glaube ich, auch das nicht unbedingt geglaubt, würde ich sagen. Ja, natürlich. Ich habe jetzt tatsächlich jedes Spiel am Anfang verfolgt. In Pauli, die beiden Playoff-Spiele habe ich natürlich verfolgt. Ja, dem Verein habe ich natürlich auch sehr, sehr viel zu verdanken. Das weiß ich. Und ich glaube, in den zwei Jahren, wo ich jetzt da war, hat man, glaube ich, zusammen auch so viel erreicht, dass man nicht einfach sagt, ich wechsle den Verein und dann will ich davon nichts mehr wissen. Heidenheim wird immer in mir drin sein. Ich glaube, das, was man da erlebt hat oder jetzt auch, es geht ja immer noch weiter. Das ist schon ein Wahnsinn gewesen. Und natürlich hat man dann auch gestern noch Glückwünsche verteilt. Und man ist immer noch in Kontakt. Ich kann es mir denken, aber wie schwer fiel dir dann so der Abschied? Also du warst ja auch eine lange Zeit da, hast viel mitgemacht, Aufstieg in die Bundesliga, dann wie gesagt für die Conference League qualifiziert. War das für dich dann trotzdem im Sommer klar, okay, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen? Oder wäre es auch möglich gewesen, dich noch ein Jahr länger in Heidenheim zu sehen? Ja, wie ich gerade gesagt habe, es ging dann tatsächlich im Nachhinein schon alles relativ sehr, sehr schnell. Ich habe aber auch, glaube ich, letztes Jahr in ein paar Interviews auch schon gesagt, ich bin für alles offen. Also ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, dort zu bleiben. Das habe ich auch offen so kommuniziert. Ja, dann ist natürlich das Angebot so reingeflattert mit den Gesprächen. Und dann ist halt die Frage. Natürlich denkt man sich dann auch als Spieler, ja, vielleicht ist es eine einmalige Chance, vielleicht auch nicht. Und dann steht man natürlich so, ja, ich will nicht sagen im Zwiespalt. Aber ich glaube, so eine Chance musst du dann, glaube ich, schon ergreifen. Und das habe ich dem Verein auch so mitgeteilt. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, die Kommunikation mit dem Verein war echt top. Man hat sich offen darüber unterhalten und der Verein hat es natürlich auch komplett verstanden. Und ich glaube, dann ist man im Nachhinein dann auch im Guten auseinandergegangen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Nicht, dass es sich eine Seite irgendwie, ja, sag ich mal, verarscht fühlt oder man nicht im Guten auseinander geht. Weil dafür hat man, glaube ich, zu einer guten Zeit zusammengehabt dort. Du hast jetzt schon vieles natürlich angesprochen, auch was den Verein Heim, Heidenheim angeht. Wir wenden natürlich nicht von Transfermarkt, wenn wir das nicht nachfragen würden. Aber gab es noch andere Vereine in der Verlose? Darfst du da was sagen? Möchtest du da was sagen? Oder war es Benfica oder Heidenheim? Jetzt bin ich ganz gespannt. Jetzt versuche ich, Gedanken zu lesen oder Mimik zu äußern. Ja, ich bin auch ganz ehrlich. Ich hätte tatsächlich auch nicht für viele Vereine oder für andere Vereine, wo ich nicht zu 100 Prozent sicher bin, dass ich das machen möchte, hätte ich den Verein auf gar keinen Fall verlassen. So viel kann ich sagen. Und im Nachhinein bin ich, glaube ich, immer noch davon überzeugt, dass es dann trotzdem der richtige Schritt war. Aber ja, durchaus, was ich gerade gesagt habe, ist es mir dann im Nachhinein natürlich trotzdem schwergefallen, auf jeden Fall. Du hast schon den deutschen Trainer angesprochen. Wir haben ja auch viele Benfica-Fans im Chat, das ist sehr, sehr cool. Welche Rolle jetzt im Endeffekt auch so ein deutschsprachiger Trainer quasi gegeben hat? Weil sonst, wie gesagt, du hast ja eh schon den großen Schritt von Deutschland raus in ein anderes Land, andere Sprache, andere Kultur. War das auch nochmal mit ausschlaggebend beziehungsweise mit positiv wirkend dafür? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer wichtig, mit dem Trainer zu sprechen. Man weiß ja natürlich auch, wie es das heutige Business ist, wie schnell lebe ich. Aber es war natürlich auch schon ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, ein deutscher Trainer hat mir dann auch aufgezeigt, was der Plan ist. Und das war natürlich schon nochmal ein Riesenpunkt, wieso ich gesagt habe, dass ich mich dann doch dafür entschließe. Wir kommen gerade noch, wenn du da performst, dann steht dir alles offen. Dann kommen wir mal, du bist jetzt, wie gesagt, gerade leider verletzt. Wie schätzt du deine Chancen ein? Was sind deine persönlichen sportlichen Ziele und deine mit dem Verein Benfica? Ja, meine persönlichen Ziele sind, glaube ich, erstmal gesund bleiben. Ich glaube, wenn du nicht gesund bist, sehe ich ja gerade, dann kannst du natürlich nicht spielen. Dann kannst du nicht auf dem Platz, kannst dich nicht zeigen. Und sportlich gesehen habe ich jetzt dann auch erstmal richtig gemerkt, was für ein Riesenverein das ist hier. Man hört es ja immer, Benfica Riesenverein, aber man nimmt es wahrscheinlich nicht so wahr, wie man, wenn man wirklich hier ist. In der Stadt, die Fans, für die ist Fußball eigentlich das Leben. Also es ist echt Wahnsinn, was für einen Druck man aber auch hat. Presse, Medien, da wird echt jeder Krümel irgendwie aufgesaugt. Und man hat natürlich den Leistungsdruck, der hier sehr, sehr enorm ist, weil man Titel gewinnen muss hier. Kannst du normal durch die Straßen laufen oder nicht möglich? In Heidenheim war es wahrscheinlich so, dass die Leute das natürlich auch erkannt haben, aber von der Masse her, du hast es gerade angesprochen, wahrscheinlich was ganz, ganz anderes. Ja, genau. Also natürlich, wenn man jetzt in die Stadt geht oder zum Einkaufen, ich glaube, das macht dann auch der Bart aus, dass es dann schon sehr, sehr erkannt ist. Das stimmt. Da werde ich natürlich schon angesprochen mittlerweile, ja. Im Chat kam eben auch gerade in der Champions League, Atletico unter anderem als Gegner, vielleicht so das neue Champions League Format. Für dich ist natürlich jetzt auch das erste Mal in der Champions League. Hättest du lieber noch das alte genommen mit der klassischen Vierergruppe oder sagst du, jetzt ist es für dich ganz cool, du hast mehr Champions League Spiele, du hast mehrere Möglichkeiten zu spielen? Oder was hältst du davon, auch mit den Gegnern, was ist so möglich? Ja, ich glaube erstmal, die Spiele, die wir haben, ich glaube, das sind echt schon Riesenspiele, ich glaube, die wir dort haben. Wir freuen uns natürlich drauf. Mit dem Format ist es natürlich anders. Also ich kenne es auch nur in den Gruppenphasen, wie die anderen Jungs. Und ja, ich glaube, es wird sich dann zeigen dieses Jahr, ja, wie es läuft, wie sich das alles so entwickelt. Ist ja für jeden Spieler, für jede Mannschaft neu, das Format. Ich glaube auch gestern die Auslosung war ja komplett anders mit dem Knopfdrücken. Deswegen, ja, wir lassen uns mal überraschen, wie das ja wird dann in der Champions League. Hier kam noch eine Frage zu deinen neuen Mitspielern, beziehungsweise wie die Kabine so ist. Hattest du schon deinen Einstand? Musstest du schon singen? Musstest du schon irgendwas machen? Oder wie sieht das da bei Benfica aus? Ist das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders? Oder ist es im Endeffekt auch nur ein Fußballverein und da wird genauso was gemacht wie bei Heidenheim, wie bei einem Amateurfußballklub? Je nachdem, wie sieht es da aus? Ne, bis jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, haben wir neun Spieler noch keinen Einstand gehabt. Ich weiß auch, wenn ich ehrlich bin, gar nicht, ob es sowas hier gibt. Ich frage auch nicht nach, ob ich singen muss. Clever, clever. Ich lasse es einfach mal so, mal schauen, ob es irgendwie durchrutscht. Aber bis jetzt tatsächlich gab es noch keinen Einstand. Nein, ich kenne es tatsächlich aus Deutschland auch so, dass man, wenn man neu kommt, einmal den Einstand hat zum Singen vor der ganzen Mannschaft. Aber hier bis jetzt noch nicht, nee. Hättest du dein Lied parat? Also wer hast du vorbereitet? Vorletztes Jahr in Heidenheim habe ich Backstreet Boys gesungen, I Want It That Way. Ich glaube, da macht man nichts falsch. Ich glaube, das wäre dann auch, glaube ich, der Song, den ich dann nochmal performen würde. Du warst jetzt schon kurz davor, bei der deutschen Nationalmannschaft dein Debüt zu feiern. Ist das jetzt auch so der Schritt, Benfica wieder mit dem Wunsch natürlich da hinzukommen? Du musstest da natürlich jetzt leider verletzungs- oder krankheitsbedingt dann abreißen. Wie ist da so oder wie war da der Austausch, vielleicht auch mit Nagelsmann in Bezug auf deine Zukunft bei der Nationalmannschaft? Der Austausch war danach eigentlich noch nur ganz kurz. Natürlich schade wegen der Verletzung, dass ich abreisen musste. Ich muss aber sagen, für mich ist es jetzt, ja, ich habe einen Verein gewechselt für mich und nicht irgendwie für jemand anders. Oder dass ich sage, ich möchte zur Nationalmannschaft. Ich glaube, ich bin da so gestrickt, dass ich sage, ja, wenn was kommt, dann freue ich mich natürlich. Wenn aber nicht, dann bin ich auch nicht enttäuscht, weil ich bin ja nicht jemand, der dann irgendwo mit Erwartungen hingeht. Weil ich denke mittlerweile so, wenn du irgendwo mit vielen Erwartungen hingehst, dann kannst du nur enttäuscht werden. Von daher muss ich sagen, ja, lasse ich das alles mal einfach auf mich zukommen und habe keine Erwartungen oder irgendwie Wünsche oder so etwas. Hier wird noch im Chat gerade gefragt, wie es aussieht beim ersten Tor für den DFB, ob der Bart abkommt. Nee, tatsächlich wird der Bart nicht abkommen. Ich habe es auch schon mal gesagt, zu Hause wahrscheinlich, wenn ich nach Hause komme, meinen Sohn, meine Frau erkenne mich dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist ja schon sehr markant. Es ist aber ein krasser Unterschied. Also ich habe letztens Bilder, wir hatten da so eine Geschichte mit Ex-Spielern, die mal für Dortmund aktiv waren. Und da habe ich auch ein Bild von dir rausgesucht ohne Bart. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Aber ich kenne das selber, also das brauchst du mir nicht sagen. Es ist das Leid, was man dann hat. Noch eine Frage aus dem Chat. Gibt es einen Spieler bei Benfica, den du vorher noch nicht kanntest, der dich überrascht hat? Positiv. Ja, es gibt ein paar Spieler. Also ich muss sagen, die Trainingsqualität hier ist natürlich enorm. Also es ist echt Wahnsinn. Wenn man 11 gegen 11 spielt oder in den Trainingseinheiten, das ist schon echt krass. Also das ist natürlich dann einfach nochmal was anderes. Das ist natürlich dann Champions-League-Niveau hier. Man sieht es in jedem einzelnen Training. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ich kann eigentlich fast gar kein Beispiel nehmen, weil wir haben zum Beispiel vier oder fünf super Innenverteidiger. Die würden wahrscheinlich in jedem anderen Team nach Starting-11 stehen. Und bei uns sind dann meistens zwei, drei, die dann gar nicht spielen. Also das ist schon krass. Aber ich glaube, das ist dann aber auch die Qualität im Kader. Du hast gerade Starting-11 gesagt. Ist das, weil die Frage auch kam, ist es bei euch Englisch, ist es Portugiesisch? Wie ist da die Hauptkommunikationsart? Teils, teils. Also viel auf Portugiesisch natürlich. Aber weil das Trainerteam natürlich auch Deutsch ist, die Ansprachen vom Trainer werden immer auf Englisch gemacht. Dann haben wir natürlich dann Übersetzer, die es dann für die Jungs übersetzen, die vielleicht dann nicht so gut Englisch sprechen. Und andersrum, wenn wir was auf Portugiesisch haben, wird das halt für uns Spiele übersetzt, die dann kein Portugiesisch reden, sondern halt nur Englisch und eine andere Sprache. Habe ich mir gedacht. Aber es ist immer ganz gut zu wissen, ob es dann genauso ist. Deadline Day ist natürlich für uns heute so mit der coolste Tag im Jahr. Wie ist das als Spieler? Also natürlich, du bist jetzt gerade im Sommer gewechselt. Aber kriegt man das als Spieler in Teams auch so richtig mit, dass da jetzt nochmal was passieren könnte? Oder erfährt man dann auch nur davon, wenn der Spieler sich quasi vorstellt, wenn es einen neuen gibt oder einer geht? Ja, tatsächlich ist es eigentlich so. Ja, man liest ja auch da. Was heißt, man sieht ja ein bisschen vielleicht irgendwo mal was aufploppen. Ob es dann stimmt oder nicht, ist dann immer eine andere Sache. Wird dann natürlich auch viel Gerüchte gestreut, die auch gar nicht stimmen. Das war zum Beispiel auch bei mir in den Fällen im Sommer, wo ich selber auch oft überrascht war. Aber was stimmte denn nicht? Ja, es ist ja viel aufgetreten. Deswegen, ich glaube, so genau brauche ich jetzt nicht darauf eingehen. Aber auf die Frage zurückzukommen, es ist dann wirklich so, man sieht dann wirklich, ob der Spieler dann in der Kabine sitzt oder ob er dann da ist oder halt auch nicht. Oder halt dann eventuell, ob dann auch ein Spieler den Feind verlässt. Bist du generell so interessiert an so Transfergeschehen oder ist es so als Spieler, dass man eigentlich dafür eigentlich gar keine Zeit hat? Oder jetzt, wie hättest du normalerweise, ihr spielt jetzt ja auch theoretisch heute oder praktisch heute, wie hättest du normalerweise denn so ein Deadline-Day verfolgt? Ist das so, du guckst ab und zu mal aufs Handy oder ist es einfach nur eigentlich ein Tag wie jeder andere für dich? Ich bin ehrlich, für mich ist es tatsächlich ein Tag wie jeder andere, soweit es mich nicht betrifft. Also macht es ja jetzt gerade auch dann nicht. Von daher ist es für mich, ja, ein Tag wie jeder andere. Also das ist, also da werde ich dann auch nicht irgendwie häufiger aus dem Handy schauen oder irgendwie in irgendwelchen Transfernews als sonst. Mache ich sonst eigentlich auch gar nicht. Deswegen ist es für mich tatsächlich ein ganz normaler Tag. Du bist ja selber nie am Deadline-Day gewechselt, also so wie wir das jetzt hier in deiner Transfer-Historie sehen. Aber hattest du schon mal persönlich private Geschichten irgendwie rund um die Möglichkeit zumindest? Also du brauchst jetzt keinen Namen nennen, aber gab es da mal was bei dir in der Karriere, so in Richtung Deadline-Day-Transfer? Ich bin ehrlich, eigentlich nicht. Also ich bin nicht so, dass ich mich daran erinnern kann. Also am Deadline-Day ist es natürlich auch immer, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, weil du natürlich von heute auf morgen wechselst. Natürlich, wenn du eine Möglichkeit hast, wo du sagst, du willst es machen, dann musst du es machen. Aber es ist natürlich dann auch nicht so einfach. Du hast eine komplette Vorbereitung, sag ich mal, woanders gemacht. Du hast vielleicht auch schon die ersten zwei Liga-Spiele vielleicht bei einem alten Club gemacht. Vielleicht wechselst du dann in ein komplett anderes Land. Also ich stelle mir das tatsächlich auch alles gar nicht so einfach vor, aber es ist halt ein Teil vom Geschäft und es gehört halt dazu. Und wie ich gerade gesagt habe, am Deadline-Day passieren Sachen, die vielleicht davor nicht so passieren, weil dann irgendwann auch die Zeit knapp wird. Und dann passieren vielleicht auch manche Sachen, wo man dann sagt, ach krass. Wir haben jetzt hier am Deadline-Day auch schon viele Gerüchte um einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien. Ich weiß, es ist ja ein schwieriges Thema, glaube ich, wenn man jetzt einen Osimann sich nimmt, der ja quasi eigentlich, was die Top-Clubs angeht, wohl die Qual der Wahl hatte. Ein Simakam von Leipzig geht im besten Fußballer-Alter nach Saudi-Arabien. Ein Diaby von Aston Villa, ehemals Leverkusen, geht nach Saudi-Arabien. Wie stehst du dazu? Wäre das für dich theoretisch, also zum Glück ja nicht, muss ich sagen, auch aus fußballromantischer Sicht, ein Thema zu sagen, irgendwann gibt es eine Summe, da muss man das machen, egal wie alt man ist? Kannst du die Wechsel nachvollziehen? Ja, also ich glaube, ich war jetzt nicht in einer Situation, wo ich wirklich ein Angebot auf dem Tisch vorn liegen hatte. So ehrlich bin ich auch. Ich kann mich wahrscheinlich nicht in jede Person reinversetzen. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe eine Familie, die mit muss. Und ja, also ganz alleine würde ich sowas auch auf gar keinen Fall machen. Ich weiß halt nicht, wie die Spieler darüber denken, aber es ist natürlich irgendwann, glaube ich, so, ich weiß nicht, wie sie denken, aber es ist wahrscheinlich, irgendwann sagen sie, du musst es vielleicht auch machen. Also auch, wenn es sich jetzt irgendwie, weiß nicht, ein bisschen scheiße anhört, aber ja, es ist natürlich komplett was anderes. Also was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie, ja, in Saudi eröffnet wurde, was man zuvor, glaube ich, eigentlich so in der Art und Weise auch, glaube ich, nicht in China hatte. Ich glaube, das ist schon echt krass mittlerweile, was dort auch für Gelder fließen. Das ist dann aber auch nicht mehr die Realität, aber ich glaube, das wissen wir auch alle. Wir haben noch zwei Fragen zu deiner Zeit bei Benfica, beziehungsweise in Lissabon. Ob du von anderen Spielern so an die Hand genommen wurdest quasi und mit wem du dich am besten oder sehr gut verstehst? Ich habe ja das große Glück, dass der Leo Barreiro aus Mainz hierher gewechselt ist. Der kann zum Glück auch Deutsch sprechen. An den habe ich mich die ersten Tage gehalten. Der Pavlidis spricht auch ein bisschen Deutsch, unser Stürmer. Da hat man schon mal zwei, mit denen man sich natürlich unterhalten kann. Ja, und ich glaube, der Rest ist dann halt, ja, auf Englisch. Tatsächlich versteht aber auch nicht jeder Englisch hier. Deswegen ist die Kommunikation da dann natürlich nicht so wie vielleicht mit Spielern, mit denen man sich dann auf Deutsch oder auf Englisch unterhält. Also mit Hand und Fuß kommunizieren. Mehr oder weniger. Die Fußballbegriffe dann, versuchst du die jetzt auch schon dann auf Portugiesisch zu lernen? Also die Klassiker, die man dann halt hat mit Hintermann und Dreh auf und Klatschen und sowas? Oder ist das sowas, was man dann auf Englisch macht oder dann tatsächlich irgendwie mit Hand und Fuß? Ja, ich glaube, eigentlich macht man es noch mit Englisch. Also jetzt aktuell so die einfachen Sachen. Guten Morgen, danke. So erstmal die Basics. Die hört man ja tagtäglich. Ich glaube, die habe ich jetzt erstmal so einigermaßen ein bisschen drin. Aber ja, Portugiesisch ist ja auch eine schwere Sprache zum Lernen. Die ist schwerer als Spanisch tatsächlich. Deswegen, ja, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt erstmal gesagt, erstmal ein bisschen einleben und dann, ja, mal schauen. Aber tatsächlich komme ich gerade ganz gut noch mit Englisch weiter. Ein Glück. Das wäre es, wenn jetzt auch Englisch gar nicht Thema ist, dann glaube ich mir schon, stelle ich mir das auf jeden Fall nicht so einfach vor. Weil es ist ja auch einfach so noch, dieses Einleben ist ja was ganz anderes, wenn man halt sich zumindest versteht. Ja, genau. Also es ist halt, wenn du, weiß ich nicht, irgendwo vielleicht im Raum bist und du bist der Einzige, der die Sprache nicht versteht und jeder spricht, ist natürlich dann nicht immer ganz so einfach, weil man ja gar nichts versteht. Also man kann auch nicht irgendwie sich was zusammenreimen, weil es dann einfach komplett eine andere Sprache ist. Und ja, daran muss man sich, glaube ich, dann auch erstmal gewöhnen. Dann würde ich sagen, zum Abschied vielleicht nochmal oder zum Abschluss, vielleicht nochmal zurück auf Heidenheim. Ein kleiner Ausblick, was traust du deinem Ex-Club zu? Jetzt unabhängig jetzt von der Conference League ist natürlich, man sagt ja immer so schön, das verflixte zweite Jahr als Aufsteiger. Jetzt haben es aber manche schon gezeigt, dass es nicht das verflixte zweite Jahr sein muss. Was traust du deinem Ex-Club zu? Ja, ich weiß ja, wie der Verein tickt. Ich glaube, das Ziel in dem Jahr ist ja ganz klar wieder der Klassenerhalt, so wie es auch letztes Jahr klar kommuniziert wurde. Und ja, ich wünsche dem Verein das natürlich von ganzem Herzen. Ich werde natürlich die Saison auch weiter verfolgen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie auch dann im Jahr 25, 26 in der Bundesliga noch spielen. Jede andere Aussage hätte mich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr große Headline gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, nee, die gehen runter. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ansonsten, hier im Chat kam noch von einem Benfica-Fan die Nachricht, dass du schon mit Grimaldo verglichen wirst. Und du sollst weiter so machen. Lissabon liebt dich. Gut zu wissen, danke. Da freut man sich doch wieder. Und die Frage kommt noch, gib Gas, die Saison bin im September im Stadion. Kommt direkt als nächstes. Sehen wir dich im September wieder im Stadion? Ist das das Ziel? Auf jeden Fall. Also ich glaube, bis September, da müsste ich eigentlich wieder fit sein, ja. Das ist auch das Ziel. Sehr schön. Dann wünschen wir dir zum Abschluss nochmal natürlich beste Genesungswünsche, dass wir dich so schnell es geht wieder auf dem Platz sehen, dass du dich weiter gut einlebst in Lissabon. Und ja, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier ein bisschen über dich und Lissabon zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg. Danke auch. Viel Spaß noch. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.